Wenn man das, was man machen will, wenn man das durchzieht und den Weg gerade geht, dann ist irgendwie alles möglich. Es ist immer möglich. Ich sage einfach, man kann eine Behinderung haben, aber man kann keine haben, die sich selber im Weg sind. Ich sage einfach, man kann eine Behinderung haben. Ich sage einfach, man kann eine Behinderung haben. Ich habe meine Schmerzen, meine Freunde, aber ich habe es geschafft. Wir sind die Champions, meine Freunde. Wir sind die Champions, wir sind die Champions. No time for losers, cause we are the Champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before all human race. And I ain't gonna lose. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends. And we are the champions, my friends. And we keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions, my friends. Cause we are the champions of the world. We are the champions, my friends. And we'll be about fighting till the end. Und wenn ich sehe, was ich mit meiner Prothesen machen kann, dann muss ich sagen, ja, ich mache irgendwie alles. Also ich fühle mich noch nicht behindert. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions. Alles fahrt Ski, alles fahrt Ski. Ski fahrt die ganze Nation. Alles fahrt Ski, alles fahrt Ski. Mama, der Waffe, der Sohn. Es gibt halt nichts Schönes, Juh-Heh, Juh-Heh, als Sonne, Ski, Bergen und Schnee. Es gibt halt nichts Schönes, Juh-Heh, Juh-Heh, als Sonne, Ski, Bergen und Schnee. Das Griegel mit Keilhosen satte. Pudert, geschminkt, parfümiert. From Switzerland. Welcome, please. Pudert! 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 Olimpischgeleger, nicht die Feier, ein Lille haben wir. Am 29. Mai sind es elf Jahre her, dass Hans Buhrner am Brienzersee mit seinem Dörfer Unfall ist. Als er im Spital verwacht ist, hat er keinen linken Fuss mehr gehabt. 18 Jahre war Hans Buhrner alt, und dass im Kopf sind verschiedene Gedanken schwirrt. Das grösste Problem ist sicher, dass man studiert, was ist die Zukunft, was kann ich machen, was liegt alles noch drin. Bin jetzt bunt an einem Rollstuhl, weil man hat überhaupt keine Informationen, was ist irgendwie alles möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020